Hallo, ich bin Anita. Was ist eine Wahl? Wahlen sind sehr wichtig für unsere Demokratie in Österreich. Bei einer Wahl geben Bürgerinnen und Bürger ihre Stimme ab. Zum Beispiel bei der Wahl zur Bundespräsidentin zum Bundespräsidenten. Oder bei Nationalratswahlen für das Parlament. Warum wählen wir? Wahlen sind wichtig, weil die gewählten Personen wichtige Entscheidungen treffen können. Zum Beispiel Gesetze machen. Die gewählten Personen sollen die Stimmen ihrer Wählerinnen und Wähler vertreten. Das ist ihre Aufgabe. Es gibt Wahlen für ganz Österreich, für ein Bundesland oder für eine Gemeinde. In Österreich kann jede Staatsbürgerin, jeder Staatsbürger ab 16 Jahren wählen. Menschen, die eine Staatsbürgerschaft von einem anderen Land haben, können zum Beispiel bei der Pass-Egal-Wahl ihre Stimme abgeben. Die Pass-Egal-Wahl will alle Stimmen sichtbar machen, die bei einer offiziellen Wahl nicht sichtbar sind.